Warte, willkommen zurück! Wir sind gerade hart gefickt worden, die letzte Zeit jetzt. Wir haben einen Krieger verloren. Und wir werden jetzt hier nochmal... ...hier schön gucken, ja. Wir werden hier schön ficken. Ich müsste auf jeden Fall... ...upgrade verfügbar. Ich baue uns ganz, ganz, ganz viele Kraft weg, ja. Alles klar. Ich lege das von nach unten! Ich lege das von nach unten! Oh ho ho. Und wir sind jetzt hier zu tun. Bauen! Du kannst eigentlich hier hingehen. Du kannst eigentlich hier hin fliegen. Abgrade verfügbar. Wir haben einen Krieger verloren. Das ist ganz schön, Leute. Können wir dran bauen? Nein. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, klar. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ich habe mich voll allein repariert. Ich mache jetzt mal das hier. Gute Arbeit, General. Dank Ihrer brillanten Taktik kontrollieren wir alle drei Superwaffen. Jetzt sind die Tage der WA gezählt. Das wird nicht ganz reichen, Leute. Das wird nicht ganz reichen. Doch, es reicht. Jawohl. Wir werden siegen. Unsere Atomrakete ist startbereit. Leute, die Person ist heftig. Die ist brutal heftig. Wir haben große Pläne. Das wird noch ein hübsches Gebäude. Atomrakete. Tue ich die hin? Hier rein mal. Das ist noch eine Basis. Wie, 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 wie groß sind die denn? Start der Atomrakete. Und seine Basis wird angegriffen. Unsere Atomrakete ist startbereit. Komm, bleib drauf. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt habe ich dann die nächste Naturrakete die tue ich dann hier hin ja, ich werde die Basis systematisch fertig machen wir gehen jetzt wir gehen jetzt wir gehen jetzt richtig am Sack unsere Atomrakete ist startbereit starte Atomrakete das kann schon mal zwei Dinge, erstens er zerstört was und zwar in dem, was soll ich das ganze Gebiet was soll ich das Gebiet, wo es auftritt wunderbar, Leute, das ist doch geil Leute, jetzt wird es geil ne, ihr, ihr sollt hier mal mach mal hier General General, der Feind feuert mit seiner Partikelkanone wir haben einen Krieger verloren wir haben einen Krieger verloren oh, gerade noch ein bisschen Energiegut, ja gerade noch ein bisschen Energiegut, ja weil ich den Hinschiffen gebaut habe oh, jetzt halt oh, der geht noch bauen unsere Partikelkanone ist bereit wir haben einen Krieger verloren was ist denn hier los ich hab keinen Einheiten mehr, Leute ich hab keinen Einheiten ich kann mich spauen doch, hier ja, ja, Flieger hab ich Flieger Flieger ist nix, aber unser Skat-Sturm ist einsatzbereit so jetzt haben wir eine Kanone erst mal den Skat-Sturm das sage ich euch jetzt mal und zwar hier hier starte Skat-Sturm starte Skat-Sturm oh, wie die hier haben ich hab keine Zeit ja, kann man bleiben denn so, das ganze Gebiet ist jetzt verseucht, ja wir haben sie in die Inge getrieben aktiviere Partikelkanone so, jetzt sind sie gefickt wir haben einen Krieger verloren wir haben große Pläne gute Entscheidung Na ja, Leute, so geht's. So geht's. General, der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Und? Wir haben einen Krieger verloren. Unsere Atomrakete ist stoffbereit. In dem Wüste, wo seine Scheiß-Kanone steht, ja, dann wäre das alles gar kein Problem. Startte Atomrakete. Hier ist seine Energie. Hier kann ich ihn. Wir haben einen Krieger verloren. Hier kann ich ihn richtig ficken. Wenn ich mir seine ganze Zeit in die Welt nehme. Wunderbar. Hat nicht ganz gereicht. Nochmal. Hier ist noch ein bisschen Hauptenergie. Leute, ich sehe, sie ist stehen geblieben. Wir haben einen Krieger verloren. Seine Atomrakete, die ist stehen geblieben. Seine, äh, die Zeit hat von den beiden. Die stehen geblieben. Sie läuft nicht weiter runter. Heißt, ähm, hier ist eine. Und? Unser Skat-Sturm ist einsatzbereit. Gut, das machen wir hierhin nochmal. Starte Skat-Sturm. Unsere Atomrakete ist startbereit. Ich werde ihn so ficken. Ich werde ihn so ficken. Wie viel Zeit noch? Und ich muss, jetzt ist Viertel verziehen. Ich muss ins Bett. Jetzt dann. Morgen ein Termin. Das war's. Oh, ich habe noch ein. Oh, wunderbar. Hier. Starte Skat-Sturm. Starte Atomrakete. Den ist noch nicht ganz. Aber den, aber jetzt. Jetzt ist er dann fertig. Jetzt hat er da nichts mehr. Komm, wo ist der Setz-Sturm? Jawohl, es hat gereicht. Jawohl. Hinwalt, seine Haupt... Unsere Partikelkanone ist bereit. Seine Hauptenergie war halt da. Wir haben einen Krieger verloren. Das ist hier dumme Hellfire-Dingsbums. Ja? Ist voll stark. Unser Skat-Sturm ist einsatzbereit. So. Der hat doch nicht geschafft, wenn du bist oder so. Starte Skat-Sturm. Kannst du nicht was bauen, der hat aber keine Dinger mehr. Keine, ähm... Sag schon. Doch, er hat noch Bulldozer. Aber den, glaube ich, wird es schaffen. Den, glaube ich, wird es nicht schaffen. Doch, nee. Unsere Heimat ist in Gefahr. Aktiviere Partikelkanone. Hier ist bestimmt noch was. Ja? Was hätten wir hier? Hier ist bestimmt noch was. Leute, er kann nicht mehr angreifen. Jetzt ist er fertig. Er hat nur noch seine Dinge hier, die wo ich habe. Ich sketch-Sturm zu zeugen. Jetzt hat er noch. Alles andere kann er nicht machen. Alles andere ist er fertig. Er ist möglich. Wie viel Zeit noch? 6 Sekunden? Wir countryside noch. Beim الذيкивarene. Sie machen noch ein bisschen weiter. Der war auch ein bisschen länger. Ich habe nämlich... Ich- Senate華 hierito noch schaffen. Also... ich hoffe dass ich das schaffe ja wissen was hier noch ist ist das ist gut wir haben einen krieger verloren ich weiß zumindest wo sie steht leute ich weiß jetzt zumindest wo sie steht aber seine dinger laufen wieder seine seine ja seine dinger also hier ist eine und hier ist eine ok ich krieg scheiße der wichst mich leute der wichst der wichst zu mir fuck heißt wenn es angreift er weil ich kann sie nicht zerstören unsere atomrakete ist startbereit unser scat sturm ist einsatzbereit starte atomrakete starte scat sturm von der scat sturm und dann ist sie kaputt general der feind feuert mit seiner partikelkanone wir haben einen krieger verloren das war's für die unser scat sturm ist einsatzbereit starte atomrakete starte scat sturm so ja das habe ich mir gedacht der scat sturm ist auf der scat sturm ist auf der scat sturm ist auf der scat sturm ist ja auch geschichte jetzt schon mal Komm. Leute, wunderbar. Wunderbar. Unsere Partikelkanone ist bereit. Aktiviere Partikelkanone. Leute, das muss ich noch zerstören. Er hat doch nichts mehr. Unser Skat-Sturm ist einsatzbereit. Unsere Atomrakete ist startbereit. Ach du. Hier nochmal. Starte Atomrakete. Wir haben einen Krieger verloren. Hier nochmal. Starte Skat-Sturm. Und ich weiß nicht, weil ich sonst zerstören muss. Ist alles weg. Boah, wie scheiß. Er hat doch nichts mehr. Was wird er denn von mir? Also ich verstehe das nicht. Was wird er denn von mir? Hier ist nichts, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht, was ich noch zerstören muss. Oh, ich weiß nicht, was ich noch zerstören muss. Oh, hier ist viel Kohle gewesen. Oh, Leute, seht ihr das hier? Da werden sogar... Boah. Bauen Sie die Basis wieder auf. Wir müssen mit weiteren Angriffen rechnen. auf. Aha. Hier hat er mir das même Ding her hingestellt. wir haben einen krieger verloren es war tatsächlich warum ich nicht machen kann wir stehen also kraftwerke alles klar ich gehe quer zurück wir haben einen krieger verloren unser scott sturm ist einsatzbereit starten der scott sturm unsere partikelkanone ist bereit ich muss das geschafft haben was was er hat doch nichts mehr die einheiten hier aber trotzdem unser scott sturm ist einsatzbereit starte scott sturm aktiviere partikelkanone unsere atomrakete ist startbereit warte wohin damit ja starten noch ein paar einheiten musikliche alle töten oder was nicht der ernst oder unsere atomrakete ist startbereit ist nichts gewesen unser scott sturm ist einsatzbereit starte scott sturm das hier wird sein das kraftwerk muss noch weg schätze ich mal ja das wird sein leute das hier muss noch weg das kraftwerk die können doch gar nicht mehr bauen die haben noch die haben noch aber nicht mehr lang nicht mehr lang leute noch zehn sekunden habe ich wieder eine atomrakete dann werde ich das hier ficken unsere atomrakete ist startbereit start der atomrakete das hat er verloren die antunrakete sind die kraftwerk aufgeschickt und dann dieses kraftwerk hier das wird das herz sein weil ich es noch zerstören muss da bin ich mir sicher ja ja ich kann es vorstellen diese dinge muss ich eigentlich nicht zerstören das ist ein riesiger bug hier kann man so hängen bleibt ja was denn noch da ist doch nichts mehr warte was muss ich dazu stellen hier ist doch gar nichts mehr oder Leute ich verstehe es ich tue mir echt leid ich verstehe es nicht ja die falle jetzt hier mal nach guck mal was wir noch zerstören müssen unsere partikelkanone ist bereit aktiviere partikelkanone ja unser skat sturm ist einsatzbereit das ist ja irgendwas das ist ja irgendwas Unser Skatsch-Sturm ist einsatzbereit. Starte Skatsch-Sturm. Noch einen. Leute, ich versteh's nicht. Ja, ich versteh's echt nicht. Der hat doch nix mehr. Ich muss jetzt tatsächlich diese ganzen Dinge hinterstören, oder was? Boah, Hammeröde. Hammeröde. Ich muss jetzt tatsächlich die ganzen Patriot-Raketen... Unser Skatsch-Sturm ist einsatzbereit. Hier standen noch zwei. Starte Skatsch-Sturm. Unsere Atomrakete ist startbereit. Starte Atomrakete. Da ist doch ein Kraftwerk. Da ist doch so ein ficktes Kraftwerk, ja? Normalerweise sind die Tote, die alle Gebäude verloren haben. Sprich... Sprich... Ähm... Also nicht die Vertreise, aber Kraftwerke. Hab ich halt hier eins übersehen. Wenn sie nicht schaffen sollten, Leute... Ja, dann... Ähm... Schaffen sie aber. Unsere Atomrakete ist startbereit. Unsere Partikelkanone ist bereit. Hier ist noch was? Aktiviere Partikelkanone. Jetzt! Geschafft! Während die Westliche Allianz und der Asiatische Pakt mit gegenseitigen Schuldzuweisungen beschäftigt sind, feiern die Anhänger der IBG den Abzug der WA-Streitkräfte aus Europa. Der Verlust ihrer Stützpunkte ist für die angebliche Supermacht ein harber Rückschlag. Der WA-Präsident begründet den Abzug indessen mit, dem erhöhten Truppenbedarf zur Sicherung der Heimatfront. Nun, da die Vorherrschaft der Westlichen Allianz gebrochen ist, werden uns die mutigen Führer der IBG in eine ruhmreiche Zukunft führen. Das war ein Bericht von Oma bin Gazali. Leute, hier haben sie durch. Ich hab's durch, Leute, es ist durch. Es ist durch, Kampagnen beenden. Leute, wir haben's. Es ist durch. Ich hab alles geschafft mit der WA, mit dem Pakt und mit der IBG. So. Nächste Projekte werden folgen. Und zwar. Also, wie gesagt, ich muss jetzt dann ins Bett. Ich muss morgen weg. Es ist jetzt mittlerweile kurz nach 10. Es ist eine wunderbare Zeit. Ich muss morgen früh raus, dann muss ich jetzt das, was ich mich fange. Ähm, die Partie in morgen ist hochgeladen, weil ich hab keine Zeit mehr hab. Ja. Aber ich will's auch zu spielen, damit meine Partie 5 wird am vollen anfangen. Und TM 풀 3 wird angefangen zu spielen. Ich weiß nämlich nicht genau, was ich machen werde. Also meine Partie 5 auf jeden Fall. Aber ob ich, ähm … Aber ob ich ähm, sag schon … Aber ob ich jetzt das Command & Command & Conquer generell schwingen werde oder Lampenstoffe 3, weiß ich noch nicht. Also keine Ahnung. Da muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen wie immer, ihr müsst das Video kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.